Hi Freunde, Mottmann hier. Ich habe gestern zum ersten Mal erfolgreich Sons of the Forest durchgespielt und mir sind doch einige Sachen aufgefallen, die vielleicht am Anfang nicht ersichtlich sind und die Neulinge oder auch Fortgeschrittene vielleicht nicht so wahrgenommen haben. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich ein kleines Tipps und Tricks Video, wo ich euch einige Dinge mitgebe, die mir aufgefallen sind und euch einfach helfe, im Spiel besser zurecht zu kommen. Wenn euch das Video gefällt, tut mir einen Gefallen, gebt einen Daumen nach oben, damit es auch anderen Leuten angezeigt wird. Hast du noch Fragen oder Anregungen zur Sache, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr von mir verpasst und immer auf dem Laufen bleibst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Ich habe mir gedacht, während ich mit euch über Tipps und Tricks spreche, machen wir eine Sache des Spiels, die ich persönlich zu viel ausgelassen habe, aber die ein Kernthema des Spiels ist. Und zwar, ich baue mir so eine kleine Base, ein kleines Baumhaus und erkläre euch dabei einige Dinge, die für mich sehr wichtig erscheinen. Fangen wir einfach mal an mit der ersten Sache. Wenn ihr das Spiel startet und quasi kurz nach der Installation ins Menü kommt, habt ihr die Möglichkeit zwischen mehreren Schwierigkeitsgraden. Ihr habt zum Beispiel den einfachen, ich glaube peaceful ist es oder friedlich, dann habt ihr den zweiten, das ist so ein normaler Schwierigkeitsgrad und ihr habt den schweren Schwierigkeitsgrad. Wie man sich vorstellen kann, sind die Schwierigkeitsgrad natürlich so aufgeteilt, dass je höher die Schwierigkeitsstufe ist, je gefährlicher wird es für den Spieler. Und so haben wir bei der peaceful Schwierigkeitsstufe nicht mal Gegner in der Spielwelt, die uns irgendwie schaden können. Bei der normalen haben wir deutlich mehr Gegner oder haben wir schon Gegner, sogar relativ viele, wie ich finde, die auch teilweise aggressiv sind. Und bei der schwierigsten Schwierigkeitsstufe gibt es dann nochmal eine Schuppe drauf, es gibt noch mehr Gegner und die sind echt aggressiv. Und so solltest du dir überlegen, was ist dein Ziel des Spiels? Möchtest du vielleicht eher das Spiel durchspielen? Möchtest du die Welt einfach nur erkunden oder möchtest du richtig Survival haben und solltest daher dann überlegen, welchen Schwierigkeitsgrad du für dich quasi benutzt? Ich habe zum Beispiel für meine Videos den einfachen Schwierigkeitsgrad genommen, weil ich ja hier einfach nur ein bisschen mit euch reden möchte. Ich möchte euch Dinge zeigen und da sind die Gegner extrem störend, deswegen habe ich die einfach mal ausgestellt und bin hier quasi im friedlichen Modus unterwegs, was natürlich am meisten Sinn macht. Wenn du jetzt aber eher darauf stehst, Survival zu haben, dich vor Gegnern zu verteidigen, auch mal in schwierige Situationen zu kommen, dann solltest du auf jeden Fall einen höheren Schwierigkeitsgrad nehmen, um einfach selber für dich den Spielspaß nach oben zu reißen. So, kommen wir jetzt zum Spiel an sich und wenn ihr das Spiel gestartet habt, euch vielleicht die ersten Meter gemacht habt, habt eure Axt ausgebaut, dann habt ihr euch vielleicht überlegt, was soll ich denn jetzt am ehesten machen? Und da gibt es noch eine kurze Regel, die gibt es auch beim Real-Life-Survival. Du solltest in der ersten Linie gucken, dass du dir eine kleine Base bzw. einen Unterkunft baust, wo du dich verteidigen kannst, egal ob es gegen Gegner ist, ob du einfach schlafen kannst, damit du immer wieder speichern kannst, ob du irgendwie einen Platz brauchst, um Tag zu Nacht zu machen, also wirklich dich hinlegen kannst, ob du einfach eine Truhe haben willst, wo du Sachen verstauen kannst bzw. diese, nicht Truhe, sondern diese Aufbewahrungsständer, sage ich mal. Du solltest gucken, dass du dir erstmal einen Unterschlupf baust, als allererstes und dich danach um Nahrung und Essen kümmerst und dir einen kleinen Überblick über deine Umgebung verschaffst. Was haben wir in der Nähe? Wo lohnt es sich? Oder was sieht für mich am interessantsten aus? Wo möchte ich am ehesten hingehen? Und ja, überleg dir, wo kann ich einen Unterschlupf bauen und wie soll dieser aussehen bzw. was brauche ich alles im ersten Step? Dann guckst du, was für Nahrungsmittel du hast. Ich kann dir zum Beispiel immer empfehlen, wenn du einen Unterschlupf baust, so wie ich hier mein Baumhaus, dann guck, dass du eine Wasserquelle in der Nähe hast. Hier zum Beispiel gibt es so einen kleinen See, da kannst du immer hingehen und deinen Wasserstand auffüllen. Brauchst also nicht immer Getränke dabei. Du kannst hier auch in der Nähe jagen. Hier sind einige Tiere und Rehe, die du dann am Ende für Fleisch auf jeden Fall plündern kannst und die du daraufhin dann auch looten kannst. Also wir sind ins Spiel gestartet, haben uns ausgesucht, was wir spielen wollen. Wir haben schon einen Unterschlupf gebaut und dann kommen wir zum nächsten Step. Überleg dir, was du quasi oder wo du erkunden willst, was ist für dich interessant. Und wenn wir jetzt die Karte öffnen, sehen wir einige Dinge. Ich weiß, dass du auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden immer weniger siehst. Auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad haben wir aber sehr viele Markierungen auf der Karte. Wenn du also mit M dein GPS-Gerät raussuchst, kannst du mit der mittleren Maustaste, also mit dem Rad, wenn du da drauf drückst, quasi steuern, wie nah du rangezoomt haben möchtest. Und auf dieser Karte sehen wir jetzt einige Sachen. Wir haben einmal Höhlen, die markiert sind. In Höhlen findest du meistens irgendwelche besonderen Sachen, wie den Tauchanzug oder das Seilgewehr. Also funktionelle Items, die du im Spiel benötigst. Die Schaufel, Sachen, die du halt brauchst, um quasi im Spiel selbst weiterzumachen. Also, ja, Sachen, die dich halt weiterbringen. Keykarten und, und, und. So, dann haben wir einmal diese grün leuchtenden Punkte. Und die grün leuchtenden Dinge bedeuten, dass du da drunter oder dass du an diesem Punkt eine Forschungsstation findest. Also du hast meinetwegen einen Hülleneingang, wo du reingehst und kommst dann in die Forschungsstation. Du hast zum Beispiel etwas, wo du graben musst und gibst eine Luke aus, wo du dann rein kannst. Also die grün markierten Punkte, die quasi Banden, sind immer diese Forschungsstation. Und dann haben wir noch lila Punkte hier auf der Karte. Und bei den lilanen Punkten sind immer GPS-Peilgeräte versteckt. Und in der Regel findest du dort auch zum Beispiel Waffen oder andere Gegenstände. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel hochgucken, finden wir bei den lilanen Punkten eine Shotgun. Wenn wir aufs Wasser gehen, haben wir da so ein kleines Boot, wo wir eine Pistole finden. Bei diesem lilanen Punkt müsstest du, glaube ich, eine Nahkampfwaffe finden können. Also bei den lilanen Punkten hast du immer funktionelle Gegenstände, die halt da sind, um dich zu verteidigen. Zumindest in der Regel. Und so kannst du halt gucken, was würdest du als erstes anpeilen oder was klingt für dich am interessantesten. Wenn wir nun uns überlegen, was brauchen wir von diesen Sachen zuerst? Ganz klar, klappert erstmal die Höhlen ab. Guckt euch die Höhlen an, geht die Höhlen durch. Ich sag euch vorab, ihr könnt in einige Höhlen nur rein, indem ihr andere Orte schon besucht habt. Und so könnt ihr Step für Step euch die Höhlen angucken, Items rausziehen und erstmal diese ganzen funktionellen Gegenstände haben. Kriegt ihr zum Beispiel die Schaufel, mit der ihr dann weitergehen könnt und könnt dann die ganzen lilanen Punkte abgasen, damit ihr quasi Waffen bekommt, um euch selbst zu verteidigen oder euch in der Welt halt selbst auszurüsten. Ihr wisst, was ich meine. So, und danach würde ich an dritter Stelle zu diesen Forschungsstationen gehen, denn die Forschungsstationen gehen dann auch wieder in Richtung Endgame. Du hast riesige Basen und da findest du auch wieder Sachen drin, egal ob Schlagwaffen wie zum Beispiel. Ich will euch gar nicht so viel spoilern, aber ihr findet zum Beispiel hier eine Gitarre, die ihr dann mitnehmen könnt, mit der ihr zuschlagen könnt. Mit der könnt ihr, also am Anfang konnte ich damit spielen, aber seitdem ich die so in der Hand habe, kann ich damit nicht mehr spielen. Deswegen, du findest in diesen Forschungsstationen auch ganz viele Sachen, die dich auf jeden Fall weiterbringen. Und halt diese Keykarten, um dann quasi auch irgendwann in Richtung Endgame zu kommen. Also, Höhle, dann lilande Punkte, dann Forschungsstationen. Du kannst theoretisch auch erst in die Forschungsstation, bevor du zu den lilanen Punkten gehst. Aber, ich sag dir ganz ehrlich, ja, überleg es dir selber. Waffen sind, je nachdem welchem Schwierigkeitsrat du spielst, schon sehr essentiell wichtig. So, dann gucke ich mal eben auf mein Blättchen, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Genau, was kann ich dir noch mitgeben? Ähm, ich würde, wie gesagt, als aller, allererstes im Spiel anpeilen, die Schaufel zu bekommen. Denn die Schaufel ermöglicht dir extrem viele Sachen, die du im Spiel dann auch nutzen kannst. Du kannst die Schaufel einfach benutzen und kannst quasi überall Dinge finden und ausgraben. Du kannst sogar hier mitten im Nichts anfangen zu graben. Und wenn du Glück hast, findest du ein paar Knochen, Stein oder irgendwas anderes, was hier vergraben wurde. Äh, ist mir alles schon passiert. Ich habe einfach irgendwo random gegraben. Hier zum Beispiel ein kleiner Stein. Äh, du kannst da wirklich ganz viele Sachen finden. Sogar Lebensmittel und, und, und. Also, guck, dass du dir wirklich die Schaufel als erstes holst. Ähm, wenn du nicht weißt, wie du die bekommst, guck mal auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich einen Guide dazu gemacht, äh, falls du Interesse hast oder versuchst selber herauszufinden. Und hol dir auf jeden Fall zuerst die Schaufel und dann guck einfach mal in der Karte. Du findest auch, äh, außerhalb der markierten, ähm, Sachen auf deinem GPS-Gerät, äh, immer wieder kleine Gräber, wo du graben kannst. Also, die sind dann durch so ein Kreuz gekennzeichnet. Äh, also so ein, ne, so ein Stockkreuz, also, ne, zwei Äste zusammengebunden wie so ein Kreuz, wie so ein katholisches Kreuz, sag ich mal. So ein Grabstein. Und da könnt ihr dann auch graben und könnt ihr auch, äh, wichtige Sachen finden und auch unique Gegenstände, wie zum Beispiel Waffenmods, äh, die vielleicht aber nicht auf dem GPS-Signal eingezeichnet sind. Ähm, und was ich dir auf jeden Fall noch mitgeben kann beim Erkunden, ähm, mach alles langsam, Step für Step. Wenn wir uns jetzt die Karte hier angucken, äh, ich würde dir nicht raten, jetzt von Punkt zu Punkt zu rennen, sondern guck wirklich ganz in Ruhe dir die Karte an. Gerade wenn du, äh, Zeit hast und dir Zeit nehmen willst, das Spiel durchzuspielen und da nicht durchwaschen willst, guck dir alles Step für Step an. Weil wenn du von Punkt A auf Punkt B über die komplette Karte rennen musst, ey, da rennst du 20, 30 Minuten teilweise. Und auch selber, als ich diese Guides gemacht habe und wirklich von Punkt zu Punkt gerannt bin, das war so eine Sache, die hat mich extrem gestört, immer wieder diese langen Wege zu machen. Ich hab mir da bei YouTube-Videos angeguckt und so, äh, nimm dir die Zeit, mach Step für Step, bau nicht nur eine Basis, bau vielleicht auch mehrere, damit du immer wieder einen kleinen Safe Space hast, wo du dann quasi am Ende schlafen gehst, äh, schlafen kannst. Äh, bezieh hier deinen Kumpel ein, den wir hier quasi haben, den Kelvin, den kannst du einfach mit E anvisieren und kannst dann hier mit, äh, W nach oben gehen. Und kannst sagen, ey, äh, bleib mal hier oder bau mir ein Feuer oder hol mir Stöcke, äh, nimm irgendwelche Gegenstände, kannst ihm Gegenstände selbst geben, äh, die er dann nehmen kann, wie zum Beispiel hier den, 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 die taktische Jacke, die er sich dann anziehen sollte, beziehungsweise die er tragen sollte. Äh, ja, funktioniert irgendwie gut, aber, ähm, theoretisch kannst du den Kollegen sehr, sehr gut nutzen, um dich halt zu unterstützen, deine Base zu bauen, um ihm eine Waffe zu geben, damit er dich verteidigen kann. Und, 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 also nutzt das alles und nutzt das Spiel. Und wenn du diese ganzen Punkte befolgst, werde ich dir sagen, wirst du irgendwann am Ende des Ziels ankommen, du wirst eine Menge Spaß haben und du wirst nicht irgendwann den Punkt bekommen, wo du sagst, boah, ist eigentlich doch nicht so geil, das Spiel. Kann schnell passieren, äh, bei dem Game, sage ich ganz ehrlich, weil du irgendwann nicht mehr weißt, was du zu tun hast. War bei Elden Ring genauso, du hast angefangen und irgendwann saß ich da und meinte so, ey, was muss ich hier eigentlich machen? Was, was, was hier meine Aufgabe in dem Spiel? Und dann ist mir relativ schnell die Lust vergangen. Äh, wenn du dich aber an diese Punkte hältst, weißt du immer so, ah, das ist meine Aufgabe, das muss ich machen. Und irgendwann kommst du dann auch zum Ende des Spiels. Ja, und ich komme jetzt auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dem so war, tu mir einen Gefallen, gib einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen, Anregungen oder selber ein paar Tipps, die du mir mitgeben möchtest, die du der Community mitgeben willst, schreib sie gerne in die Kommentare und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um selber Teil der Community zu werden, mir zu helfen, auf YouTube zu wachsen und kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch eine Menge Spaß in Sons of the Forest und einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann. Tschö. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.